Willkommen zu Battlefield 1 Mal ein Spiel jetzt für zwischendrin oder? Zwischen sofort und etc. Letztlich Willkommen Eine kleine Runde Dann tun wir gleich mal auf Hör um an! Verteidigen wir schon ein bisschen spät Wo wird der wohl sein? Oh es sind relativ viele Gegner glaube ich Ne zwei, genau zwei Wir sind zu zweit hier und Wo sind die denn? Die sind wahrscheinlich in einem anderen Haus Ja ich habe einen getroffen 98 Schmeiß deine auch gleich rein Oh Oh von links Da war der andere Hab ihn! Ach das wüsste gar nicht mehr du Achso ich hatte Das war ein andere Squad-Kollege hier Ich spawn wieder bei dir Sind wir jetzt auch wieder zum Glück ne? Das sind zwei Gegner Einen C Einer hab ich 98 gegeben Und der andere Ist dann direkt links neben mir Und schießt mir in den Seitenkopf rein Naja in die Schläfe Na gut Das haben wir eingenommen Was machen wir jetzt? Dann C wahrscheinlich Ja B haben wir Dann C ja Oh jetzt müssen wir über das Feld Ich versuche da rechts irgendwie Ja über B Also das wird jetzt kein Dauer-Let's-Play Das ist jetzt nur für zwischendrin mal vielleicht Ein Spiel oder zwei Spiele immer Je nachdem wie es uns grad lustet Weil das Spiel ist jetzt ähm Nicht grad unser Lieblingsspiel Was zu weondern Wo bist du.. bist du bei mir? Ja ich hab grad immer nicht geblendet Ich müsste mich kurz auf den Kopf יסieren Alter, was schießt denn das wirklich hin? Oh! Munition für dich! Fische Munition, hier! Oh! Hier, Munition für dich! Ich hab da irgendjemand mit 95 hab ich. Ja, ich hatte mal 98 also. Hilfe! Voll gegen die Wand geschmissen. Held. Hat jemand Munition bestellt? Danke! Ach, Schwede. Ach, Schwede! Ach, Schwede! Fankgruppen 91. Hilfe! Zähler! Skill! Was? Wo? Hä? Wo kommt der denn auch nochmal her? Senkbar! Das ist halt auch toll! Was? Ich rühre auf dich rein! Vorsicht Jungs! Ich werbe die Granate! Ja, klar! Ich weiß grad ein bisschen... Es wär ein Flugzeug frei! Wollen wir fliegen? Ja, können wir machen. Ich bin auch grad tot. Warte, ich... Klick wieder in die Karte rein! Ich kann schon beide spawnen! Nein, noch nicht! Jetzt darfst du! Ah, genau! Oh, ich kann sogar schießen! Vor uns ist gleich einer! Ich hab ihn nicht einmal getroffen! Das ist echt glaubwürdig! Hast du ihn? Siehst du ihn gut? Treff ihn! Oh, da ist die Flak! Da ist die Flak! Ah ne, das ist die Flak! Passt schon! Ja, wenn du so fliegst! Oh, scheiße! Das ist ein zweiter! Das ist ein zweiter! Das musst du alleine machen! Kann ich noch nicht besuchen! Das sind die Jagdflusszeuge, die killen! Die machen voll krass! Ei! Die da pissen sich! Ganz rüber! Rieh ich mal! Wehe! Ich fliege jetzt wie jetzt aus der Map! Das passiert mich ständig immer! Das ist jetzt blöd! Weil es sind zwei Jagdflieger! Wenn die beide auf uns gehen, dann haben wir keine Chance! Weil die haben uns doch ziemlich schnell weg! Wir könnten es mal auch ausprobieren! Wenn zwei Flieger fallen! Jeder in einem Jagdflugzeug! Direkt über uns ist einer! Ne, das ist eine von uns! Rechts über uns! Achso, da! Ja, warte! Ich muss auch noch preparieren! Ich bin jetzt 87! Komm schon, hol ihn dir! Wie ziehst du den? Direkt vor uns! Rechts! Hab ihn getroffen! Direkt vor dir jetzt! Wir sind uns am Verbündeten! Achso! Einsatzziel! Cäsar verloren! Oh shit! Hol ihn dir! Ja! Ich mach schon Schaden, aber... Ich mach schon Schaden, aber... Ja, ich mach zurück! So! Der wird da ist einer! Direkt! Direkt vor uns! Hinter uns! Ausgeschaltetes Fahrzeug! Vor uns! Haben ihn getötet! Ja, sehr schön! Vor uns! Vor uns! Dann wird er mit dem... Unnormalen... In dem G5... Oh! ... Ich treff ihn! Kann er wenigstens nicht herberühren! Oh, ich sehe ihn gerade gar nicht, gerade hinterher. Ja, der ist noch vor uns. Hab ihn wieder ein bisschen getroffen? Ja, ich hab ihn auch getroffen. Oh, ja, ausgeschaltet. Komm schon, Phil hört uns. Hab ich! Jawoll. Panzer zerstört. Äh, jetzt läuft's weg. Nicht! Oh, 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 oh. Du warst schon irgendwie knapp. Dann flieg ich mal über A, weil A gerade eingenommen wird. Und dann schaue ich mal, vielleicht kann ich glaube, was das holzt. Ich glaube, jetzt hab ich auch 5 Minuten mal zum Bauch abgelassen. Machst du uns eigene Leute, nehmt mal ein. Aber D nehmen wir auch ein. Aber ich glaube... Links! Links? Links drin. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wow, was ist das? Der ist hinter uns. Oh, die Flagge schießt auf uns, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber dann flieg ich ein bisschen runter. Und der ist hinter uns. Den könntest du holen. Komm. Nee, der ist jetzt nicht hinter uns. Das fliegt weg und er berührt wahrscheinlich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nee, das geh ich nicht. Nicht in die Bäume. Da bleib ich überall hängen. Oh, nee. Oh, Gott, das wird knapp. Wo ist er? Oh, die Flagge. Oh, shit. Du schaust das? Dann werden wir erst mal verpissen und dann passt das schon. Wo? Ja, ich weiß. Deswegen hab ich... Du musst nicht nur einen Baum legen hier. Ja, deswegen hab ich so einen Schwenker gemacht. Komm in das Kampfgebiet zurück. Guck mal, ich repariere zweimal von der einen Map-Kante zur anderen. Ja, das ist... Die Karte ist voll klein zu einem Fliegen. Vor uns direkt Gegner. Flieger. Was? Zwei... Zwei Gegnerflieger vor uns. Beide gehen auf den Verbündeten. Einen treff ich. Einen treff ich. Einen treff ich. Einen treff ich. Oh, ich glaub das ist die Flacke. Wir haben Einsatzziel David verloren. Oder der hat auch einen Beifahrer drunter. Beiflieger. Ku-Piloten. Ich reparier mal. Könnt das eigentlich so schon mal irgendwas reißen so ein bisschen? Ich schau mal, dass ich... Weil die Flaks bei der Map sind... Weil die Map so relativ kleine Fliegen finde ich. Da ist er. Vor uns. Treff ich ihn. Und jetzt schnell zurück. Wunderschön. Es läuft doch relativ gut eigentlich. Cool, dass diese kleine Karte ist. Ja. Ich hab's gedacht. Schon mal schlechter gelaufen. Oh, da sind zwei schwere Panzer. Sorry. Ja, das ist das Problem, wenn ich immer dort Bomben abwerfe. Oder so. Und dann gucke ich nach unten. Und dann plötzlich ist so ein scheiß Turm vor mir. Ich muss mal drehen. Ne? Warte, ne. Jetzt mal kein Flugzeug. Hab ich hier. Fliegen wir relativ langsam. Nicht wundern. Oh, da ist ein Gegnerflieger. Das ist unser, oder? Ach, der ist ausgestiegen. Oh, da ist ein Fliegenflieger. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Nein, ich... Warte. Oh, Schiff. Und die Flak. Der kriegt natürlich den Abschlusskill. Der fliegt uns rein und... Wie ich diese Rammer heiße? Ich hab versucht auszureißen. Wieso müssen die einen die ganze Zeit ra... Ja, ich hab's gesehen. Schade. Na gut, wahrscheinlich warten aufs nächste Flugzeug. Was ist der Sinn, wenn man direkt reinfliegt? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, frag mich nicht, irgendwie. Naja. Aber du hast nen Kill bekommen, kann das sein? Nee. Irgendwie hab ich dann plötzlich so viele Punkte bekommen. Also relativ viele. Ich weiß nicht. Komm, versuchen wir C zu erobern. Bis das Flugzeug da ist. Ja. Spawn bei unseren Teamkameraden. Ja, genau. Oh, jetzt schade. Ich glaub der... Ich glaub wir haben ihn zu oft runter geholt. Ich glaub wir haben ihn zu oft runter geholt. Und dann als der... Die Schanze voll hatte, ist er uns einfach reingefohlen. Ist natürlich immer die einfachste Lösung. Bastard ey. Kämpft das nicht an die Seychelles Ecke daran? Von welcher denn? Komm schon. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Du bist Sunny verdammt nochmal. Das Quad zum Mitglied ist äh... Ja. Lämlich. Er weiß nicht, wieso er Medik spielt. Ist das verbündete Gas-Kanate? Ja. Ja. Ich hab ihn. Jawoll. Schön. Ich hab 490 an und dann krieg ich eine Hilfe bei Stuhl. Oh oh. Oh shit. Huch. Hilfe zählt. Hä? Da war doch ein vergnüchter Medikist. Aha. Ich bleibe am Leben. Ich sparen würde. Okay. Das bin ich da. Oh Mann, wie schnell die einem... Hinde uns. Ah. Ach, da waren so viele? Komisch. Und ich schmeiß die ganze Granaten hin und ich kill keinen. Ich treffe teilweise nicht mehr ein. Obwohl doch 5 oder... Ich verstehe es nicht. Manchmal ist Battlefield für mich so ein Rätsel. Das ist für euch das Battlefield auch manchmal so für ein Rätsel. Wer spielt alles Battlefield? Der schreibt es in die Kommentare und schreibt rein, ob der für euch auch so ein Rätsel ist. Wie Kills und... Ich mach mir das ganz gut. Ich glaub die Momente können die da. Ach du Scheiße. Ja, wissen wir aber... Bei Battlefield ist das ja kein Moment. Bei Battlefield ist das ja ein Dauerzustand. Bei dem neuen Battlefield zumindest. Das ist abgeprallt. Die ganzen... Ernsthaft. Ich bin beim leichten Panzer abgeprallt. Die ganzen... Die ganzen... Die ganzen... Die ganzen Videos, die ihr wahrscheinlich im YouTube so seht von... Ey, das gibt's doch nicht. Von den ganzen... Die ganzen... Wo alle so perfekt spielen. Wahrscheinlich so eine Runde von 100. Die die dann hochladen. Kann ich mir das nicht vorstellen. Wohl verkackt. Du kommst da nicht mehr hin. Du wirst weggesnipet oder irgendwas anders. Und der Panzer ist da. Wir kommen nicht mehr in Richtung C oder bist du drin. Nö. Ich versuch jetzt nur effektiv irgendwie nach vorne zu laufen. Wenn ich genug Munition hätte, könnte ich hier vielleicht den... ...Pamster zerstören. Nö. Ah, fuck. Das wird keiner mehr verhauen. Oh. Du wirst mal verschwinden hier. Scheiß Pamsay. Ah, das... Oh, das ist läder. Bist du langsam nach? Feind getroffen, 180. Gut. Hat er gekillt? Granate ist raus und zu. Ach so. Ach so. Ah, hin. Das ist eine Elite-Klasse, passt gar nicht auszuschauen. Ja, 21 halt. Gaskranate oder Prank-Ganate? Gaskranate ist sehr viel effektiv. Gegen eine Elite-Klasse? Gar nicht, wir haben doch nur automatische Fingern. Nein, MG-Schutz, der hat keine Gaskranate. Bis auf seine Schwäche, die Gaskranate. Ach, du bist auf der Seite. Sehr gut. Der hat keinen getroffen, das heißt, da ist keiner. Andere Seite. Gaskranate schmeißen. Fondition, greift zu. Wir müssen das Ziel erobern. Oh, das ist gerade schon weitergekommen, jetzt. Das sind so viele von mir, warum spiel ich? Ich mach gerade so viel Schaden. Ja. Also 250 Schaden hab ich gemacht. Hinter dir vielleicht? Oh nein! Ich bin vor die Reine. Oh! Ich bin vor die Reine. Uuuh! Sanitärta! Hier ist neue Munition! I need Sanitärter! Oh, da sind jetzt alles ein bisschen basiert. Da hast du das Gasger mit aufgesetzt. Was wir sehen? Wir schauen müssen nach hinten, kurz. Ja, das ist das Ding. Der mich jetzt verschaut. Ich geh mir nach vorne. Oh, ja klar. Ja, der ist grad um die Ecke gekommen tot, mit so'n fetten MG, mhm. Bei mir war's, bei mir war's ein ganz normales Selbstlader. Bitte bleib am Leben, da kommen, glaub ich, gleich Gegner zu dir. Ich bin tot. Schon lange, ich war vor dir tot. Ich guck raus, und in der Zeit, wo ich ne Granate schmeiß, tötet die mich? Oh nein, das ist ne Idee der Klasse. Ja. Achso, hab ihn ausgeschaltet, cool. Wir haben Einsatz, Ziel Emil Erober. Jetzt freu ich aber, ganz schnell ist man die Täter. Ja, ich auch. Nein. Kann mich mal jemand verhandeln? Oh, keine Ahnung. Ich werd nicht verraten, muss ich jetzt! Ja, nein! Jetzt geht's los! Hier, Polizei! Das ist mean, so er ist viel Spaß. Der Held, wie dudes um, lebt der das? Charakterist ist da drauf. Dann wir aufpassend, accuracy. Wir haben ein Einsatz, Ziel F otherwise. Na ja! Wie läuft der mir? Seitdem ein Vertem toma. Bin ja. Hinter uns war wieder einer. Eigentlich. Eh, ich kann mal wieder mit Bidi. Dann braucht er nicht recht. Oh, scheiße! encxt.. ach der ist gut wir haben einsatz ziel oh oh der schießt mit der flack rein ja der ist mit der flack und schießt rein ärgerlich ich habe ein flug der flack erst treffe ich ihn und dann nicht obwohl sie kein zent wir haben einsatz ziel albert erobert ich hatte 68 wie schnell schießt die waffe war so schnell tot also irgendwie schon traurig wenn man sich freut wenn ein medic einmal heilt ja ich habe gerade geheilt hatte 68 steigen dann kommt er und ich gucke ich fange an zu schießen und bin direkt tot ich hab den nicht mal getroffen so schnell konnte ich gar nicht reagieren ach das ist ein panzer oh gott habe ich nicht gesehen wirst du eigentlich ach du fährst panzer sag doch was ja gut habe ich nicht mit links 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 ja ja ich sehe nicht aber da ist die scheiß mauer im weg ja ja lol hab ich erwischt headshot mäßig oder sowas ich muss kurz was machen achtung hinter uns panzer wo hinter uns wo panzer alter ach da hey händest du im notfall departieren ja wär sogar nice weil ich hab grad die milliarde aus ich steig schon mal aus wähle du musst wegfahren oh das ist blöd ich bin auch hinter die heer ist der panzer nach hinten bist du wieder drin wir haben ein jetzt steige ich ein fahrer so will ich mehr wenn ich wüsste wo der hingefallen ist ich weiß nicht wo der hingefallen ist bist du eh also das ist ein flugzeug schießen entschuldige herrsinn ich bin verteidigt das auch auch schon in die rein ja gut da kriegs ja gar keine nur angriffspiel ausgeführt wenn du in der letzten sekunde reingeht bringt das gar nichts wie früher so Na gut, dann fahr ich jetzt mal da rein in die Feststellung, auch wenn wir so viele Schritte haben. Das ist gefährlich, aber was kannst du machen von mir aus? Oder soll ich lieber zu A durchfahren? Mach, was du willst. Du bist der Panzer. Aber bleib nicht so blöd stehen, damit ich gegen die Wand gucken kann. Rechts, 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 rechts. Dein Panzer ist voll, ich kann mich nicht bewegen, ich bin nur links. Das ist toll. Nein, ich sitze links, meine ich. Rechts sitzt schon jemand. Ja, ich glaub, der war schon gut. Dann lässt du dieses Ziel um jeden Preis halten. Klar, es sind ganz viele zurück, glaube ich. Das war nicht. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit. Schieß einfach random an. Mal. Ich hab nur Angst, dass der es irgendwelche... ...liegen. Ach, scheiße, das Tor ist. Ist das gut. Muss ich denn aufmachen? Gerade explodiert zu viel, aber da macht schon jemanden zu hoffen, oder? er ist hinten runter gesprungen weiß genau damit ich sage ich steig aus und macht das tor auf das gegner das gegner genau dann bin ich aussteig ganz zeit sehe ich kann jetzt ist ein panzer voll wir haben einsatz ziel albert erobert ich fahr zu d zurück wenn ich wieder drin bin ich aber recht gut das nähert mich jetzt der kill war so unnötig der tod ja so ich glaube es da ist ein reiter ich habe ja ich also ein panzer hat mich zerstört aber das war eine kackpanzerrunde weißt du das die war richtig scheiße ja spawnen bei mir ich bin schon dabei ich habe zwei kills da ist einer mit fallschirm kann man wir haben einsatz ziel cäsar verloren so tipp am rande für die leute die jetzt noch das video schauen falls ihr das spielt ist sehr zu empfehlen er schießt raketen sehr zu empfehlen wenn man fliegt und von der flak beschossen wird einfach schnell auf gott das kann es doch nicht sein jedes mal wieder einfach schnell nach unten fliegen und tief fliegen weil die flak wenn da ein haus oder das ist eine standardrunde finde ich es ist zwar es war wenig es hat mich wenig genervt muss ich echt sagen es war jetzt cool fliegen hat mir spaß fliegen war gut die panzerrunde hat mich ich habe mich mega genervt die war kacke die war echt scheiße blöderweise von dem aussteigen und so aber infanterist war auch ganz okay es ist nicht schlecht dass man darf es wie wir hatten und gröte schlackt hast durchschnittsrunde einfach ganz normale und und ich habe einen und ich das gleich aufmachen finde ich das gleich noch unser trupp hat am meisten feindfahrzeuge zerstört wahrscheinlich so herrscht hatte ich aber eine hässliche weiße tarnung bekommen ja schon weiß jetzt auch noch auf auf einer waffe ist so zurück na gut danke fürs zuschauen und vielleicht mal bis zur nächsten folge tschau